So hinkt und ballert, wieder so durch. Egal, ob ihr erst mal so gut aussetzt, da wirst du super wieder runter. Jetzt anschneiden und jetzt weiter. Ja. Ja. Sonst stehe ich jetzt eine halbe Stunde hier. Das ist so groß, ja? Sonst stehe ich jetzt auf die Bühne. Ich habe die Bühne zu beblieben. Sonst stehe ich es nicht so schön. Das ist das, was ich jetzt anstehen. Das ist so großartig. Ich habe das. Und das ist so großartig. Es ist so großartig. Ich habe das, was ich jetzt anstehen. Ich habe das, was ich jetzt anstehen will. Oh, Mann. Bummelt an. Der baut einen Rasenmäher. Ja, nee, das ist genau das Problem an der Sache. Mach mal dann die Kraftbeleutung an, da. Die Achse abgerissen. Abgerissen von der einen Seite, ne. Und da haben sie vorne das Ende vom Motor, äh, vom Ausgriff abgenommen, ne. Das Vieh hat gebölkt, ne. Das hab ich nie gehört in meinem Leben, ne. Aber seitdem, ich weiß nicht, ob die Kabel zerschossen haben, geht nichts mehr von beiden. Warte, Thomas, oder? Der das angebaut hat. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's.